Wild Rose geht weiter. Wir haben jetzt endlich die ganzen Sachen zusammen und jetzt geschwind an Madame O'Live. Das ganze Zeug gegeben. Mal sehen, was jetzt... Und sie pustet wieder ihren magischen Staub. Echse! Dieser Kompass wird den Weg nach Wild Rose und George, wo sie auch sein können. Bitte, tun Sie was es braucht, um sie sicher zu holen, damit sie endlich ihren Weihnachtszeit haben können. Uh, er dreht sich! Und dann geht's los mit der Spuren der Liebe. Da, sie zeigt auch Markus. Nee, jetzt auf Angie. Nee, bei mir hat sie gerade auch Markus gezeigt. Ich muss das Ding hier mitnehmen oder ich verkauf's bitte? Ja, bitte verkauf es. Tja, Niklas. Der Kompass zeigt, was du willst. Das ist wie bei Jack Sparrow. Zeigst du nicht zu einer Person, die man liebt? Nein, der zeigt zu der Sache, die man am meisten begehrt. Aha. Ja. Jetzt kommt's raus. Und manchmal war es halt eine Flasche rum. Ach, hier sind's Kompass. Du willst doch fahren, oder? Ja. Na, also. Ach so, ist das nicht doch, wo jeder auch so einen Kompass bekommt, oder was? Doch, du hast so einen Kompass. Und da Q und Leertaste hast du. Ja, aber nicht so spezielle. Auch nicht so eine spezielle. Deshalb habe ich dir gerade gesagt. Q, Leertaste und dann hast du irgendwo einen Kompass, oder? Nö. Ja, also ich habe ihn auf der 3 in Kompass. Ich habe eine Spieluhr auf der 3. Das ist ein Kompass. Ah. Ah, okay. Bei mir dreht das den Kreis. Ja. Ich nehme Steuer. Sagt mal, wo ich hin muss. Nordwest. Ja, fahre aber erst ein Stück um die Insel rum, oder? Ne, Nordwest liegt ja schon fast an. Oha. Genau. So, und jetzt mit dem Schiff. Ja, ich stehe hier direkt daneben. Das ist am coolsten. Schau, drauf guck. Ah, wir können mal die Segel bitte drehen, ne Stücke? In welche Richtung? Nach D. Ich drehe hier gar nichts mehr. Warum? Ich habe genug gedreht. Die gehen aber komplett in die falsche Richtung. Ja, die gehen immer in die falsche Richtung, wenn wir uns drehen. Wieso? Wie weit? Bis zum Anschlag. So, und das ist jetzt die große Frage, wo uns der Kompass hinführt. Ah, zapp, 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 zapp. Oh, ich gucke eigentlich gleich mal runter. Was denn der, wohin wir eigentlich jetzt fahren, wohin uns der Kompass führt. Also vor uns ist so eine Insel. Ich würde sagen, Sailor's Bounty. Ja, da hält er genau auf zu. Ja. Sailor's Bounty sieht gut aus. Weißt du, wie du das herausfindest, ob das die Insel ist, wenn du anfängst draußen herum zu fahren und der immer noch auf die Insel zeigt? Ja, das ist richtig. Kluge Sprüche von Angie. Ach, Mann. Ja, ich meine nur, wenn es der Insel ist, die da hinter ist, zeigt sich mein Fahrzeug gerade aus. Ich zeig dir nicht, warum die Insel rum ist. Soll ich dir mal was verraten, Angie? Weiß ich, ich finde es auch nicht so einfach, dass es genau die Insel ist. Wenn wir den Kurs halten würden und um die Insel drum herum fahren würden, dann würden wir an den Rand der Karte kommen. Das ist die letzte Insel vom Rand der Karte. Echt? Ja. Ja. Wenn wir über den Rand der Karte fallen, fallen wir auch nicht runter. Ja, das ist wie mit der Welt, die ja ohne Scheibe ist. Genau. Weiß doch jeder. Wenn man über den Rand der Welt fährt, fällt man runter. Genau. Wenn ich keinen Tellerrand laufe, dann fahre ich auch runter. Das wusste ich nicht. Ich hätte sehen können, dahinter geht es weiter. Da sehe ich auch so eine Karte. Die weiß, wann du sendest. Nein, leider ist die, äh, leider ist die Xbox, äh, die letzte Xbox-Generation nicht dafür, damit man da weiterfangen kann. Du musst es mal in der letzten Xbox spielen. Ja, die, du weißt, dass, äh, die PC und Xbox wieder zusammen sind. So, da haben wir es ja gleich geschafft. Ich fahre da jetzt irgendwo direkt drauf zu, ne? Genau, du fährst da direkt drauf zu. Ich stehe am Anker. Bitte rechtzeitig. Ah, toller Schuss. Das hätte ich nicht besser machen können. Ey, ich habe immer etwas erwischt. Ja. So, das Gemüse ist noch drin. Ja, warte. Ich habe den Lager gepackt. Deswegen habe ich ja das erste Mal daneben geschlossen, damit ich mich nicht kontrollieren konnte. Ihr sagt rechtzeitig Bescheid. Ja. Markus, schlägst du mal komplett ein nach, äh, Steuerbord? Ja. Anti-Anker. Halt so, so und so. Hä? So, so. Äh, bei mir ist der Kompass verschwunden. Für mich nicht. Das ist aber jetzt scheiße. Aber ich habe einen noch. Ah. Verzeih, der ist weg. Ich habe meinen auch noch. Ich habe meinen auch noch. Wir verlieren jetzt pro Karte. Hier verlieren wir einen Kompass. Äh. Wo seid denn jetzt hin, bitte? Dem Kompass nach. Ja, wie ein Witzball. Warte, 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 warte. Ja. Warte, ich komme doch. Lauf mir hinterher. Hä, das ist ja. Da ohne Schind zu weit, nur noch mal da runterspringen können. Nein, 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 nein. Es muss dahinter laufen. Es muss dahinter laufen. Ja. Ich will das jetzt gerne mit dem Kompass zeigen, aber, hm. Beim Anklicken ist er verschwunden. Oh Gott. Das ist verschwunden. Ah, ein romantischer Moment. Und jetzt kommt hier gleich so wieder, hm. Komm, ihr Skelette. Ja, das ist schrecklich. Das ist schon ein bisschen traurig. Ja. Oh, fand ich. Wurse. Also Wurse haben wir gefunden. Jetzt müssen wir nur noch den anderen Typen finden. Genau. Ach ja. SchwuppdiWurfer hat sich das Buch um ein paar Seiten gefüllt. so hätte gern einen neuen kompass ja der kompass zeigt uns jetzt natürlich die route zu george ist mir egal jetzt so zurück auf die schiff das nehme ich mit die kiste mit mit feuerwerk ist es cool ist voll die kann man dann verkaufen schon ein bisschen traurig wenn man das so lief ja ist natürlich auch liebesgeschichte ist ja das mit dem multitasking sollte gelernt sein also anker hoch kompass raus marcus hast du dein kompass noch ja dann lass mich mal bitte ans steuer weil dann kannst du nämlich ja entschuldigung du gibst den kurs und ja ich stehe hier nur rum und habe nichts in der hand um zu gucken wohin es gern und so kann ich wenigstens was man das ist so gut gerade antje hat schon den vogel abgeschossen wenn die mitspielt da kann ich immer so viel klicken hallo ich sehe es einfach noch ein bisschen läuft also unten ist jetzt passiert ja so sieht es eigentlich gut aus wenn du das sagst dann stimmt das kennst du den strich doch noch ein bisschen in die mitte machen dann wäre es noch besser in die richtung fahren wir jetzt dort kompass müssen wir eigentlich richtung der strich ist der mit also für mich ist der in der mitte ja aber wenn ich auf meinen kompass gucke ach so nee da ist vorne ja das ist hier unten ein bisschen schwierig die piep sagt sie nicht warum man auch so will kommt denn da noch wir können die segel sind gut täuscht nur wenn ich mich aber hier vor den wenn ich mich aber hier vor den kartentisch stelle und in richtung fahrt richtung gucke zeigt aber richtung so fahrt richtung nee so gut dann gut alles gut fahrt gut ja das ist gut das wird wieder ein ganz verzwinklig klippe dieses Mal wenn ich vor den kartentisch stelle und in Richtung fahrt richtung gucke dann naja das sind heute richtig die weisheiten hier ja ne ja so ja ja ich sehe bloß gerade nie wo wir genau hin ach so nee ich will dahin fahrt fahrt steuerbord ne ich will dahin oder warte 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 dann such dir deinen bitte dort doch alleine ach wir sind schon da packst du mir auch wenn ich den antag werfen muss und anker 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 ich bin so ein gott so du bist so ein gott ich hab das schiff schon mal gedreht ich hab das schiff schon mal gedreht für die rückreise so dann herr gott ja schön gelandet finde ich gut ja ne perfekt oben gelandet und wo seid ihr jetzt keine ahnung guck den kompass ja und wo bist du äh mitte der insel mitte der insel mitte der insel mitte der insel wirst du da nicht die leiter am 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 seite wo wir am schiff gelandet sind hochgehen na gut jetzt besuchst du mein namen lauf einfach auf mich zu ah ich höre drauf ja aber ich wollte jetzt direkt runter springen so warte hier wo bist du ja tatsächlich ja also ich ich höre ihn schon die ganze zeit labern ah ja einfach weiter hoch weiter hoch ja hier bitte ach Markus ist auch schon da ja ich bin doch Angie Angie hier unten sind wir nachher ich fang nicht auf guck du ich hab diese komische wup hier reden hören ja da da müssen wir hin das ist der der ja ähm gegen den äh wild ross gekämpft hat seid ihr jetzt alle da ja 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 hinterhalt So muss das sein. Ich hätte vielleicht vorher was essen sollen. Hält mir gerade auf. Wir schlagen einfach alle Panik-Drop ein. Völlig wahr. Ich habe George angehört. Ja, der Antje kreilt sich hier wieder gleich alles. Ange, nie wegrennen. Sag mir doch bitte, wenn ich was aufgehoben habe, sowas wie eine Kiste oder ein Artefakt, wie ich dann noch ein Schwert in die Hand nehme. Ja, nicht. Du drückst X, lässt das fallen und nimmst dann dein Schwert in die Hand. Ach, Ange. Du bist doch jetzt das erste Mal, oder? Nein, aber ich wollte es nicht loslassen. Das ist weiter. Okay. So. Bevor wir jetzt wieder fünf Stunden hier rumkaspen, machen wir eine kleine Pause, beziehungsweise ich pausiere das Video und wir sehen uns gleich wieder bei Madam Alive und werden wir das Ganze abgeben. Also bis gleich. So, wir kommen jetzt beim Sanctuary-Außenposten an und jetzt geht es einfach nur noch darum abzugeben, die finale Story von Wild Rose zu hören und wir haben es dann endlich geschafft. Seht jemand am Anker bereit? Ja. Ich überwachte es jetzt nicht kurz. Boah. Aha. Ja, das kann ich auch. Marco. Ja. Wir hatten den Steg so nah rangebaut hier. Marco. So. Und Anker bitte. Boah. Das habe ich ja gut gemacht. Noch ein Loch reingemacht, oder was? Naja, man kann fast bis runter springen. So gut. Ah. Ich bin komplett weggeblieben. Wahrscheinlich können alle fast außer er, okay? Ja. Nehmen wir gleich die Obstkiste mit und ficken die, oder? Ja. Hat jemand schon? Ja, natürlich habe ich schon. Ja, wenigstens erinnert, der hier mit denkel alles klingt gemacht. So. Hast du noch was mit? Nö. Ich habe Rose Anhänger. Hä, wenn wir beide Rose Anhänger haben, wie geht das? Ich habe gesagt, George. War ich so undeutlich? Ja. Ja. Du nuschelst also ein bisschen. So. So, dann geben wir den O noch ab. Und dann mal sehen, was passiert. Kein Video. Rose. Rose. Oh, by the heavens, I can hear them crying out from the pendants. I've never seen a curse this powerful before. I... 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 I don't know what to do. I don't know what to do. Come on, Olive. Rose was always there for you, even if it meant she got hurt, so you'd be okay. Well, you're grown up now. Your turn to take the blow. I thank you for all you've done for me. But whatever happens now, you must not interfere. There's one last ritual I can attempt, but it's forbidden. Because... Because few can take the pain. But even if I don't survive, Rose, well, she'd do the same for me. Ah, Voodoo Pum. Ah, Voodoo Pum. Ah, Voodoo Pum. Never change him from me! He's mine. Mine! Ah! 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 Fun. Good fun. Ah! 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 pres Tra уров. Ich dachte mir was wie schnulzig. Oh wie schön. Ich müsste noch nicht... Tja ja. Damit haben wir es geschafft. Wild Rose ist abgeschlossen. Mal sehen was wir das nächste Mal machen müssen. Ob es die Kunst des Trittbetrübers wird. Oder... Ob wir schon ein neues Abenteuer bekommen. Mal sehen. Wo bin ich? Bin draußen? Ich glaub ich wieder draußen war. Ich hab ja keinen Bock mehr auf Saft. Ich will Musik spielen. Bitte.